Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht jetzt, was ich so zur Begrüßung sagen soll. Jedenfalls, wir haben die 500 Abonnenten gestern erreicht, was ich krass finde. Wir haben jetzt, also ich aktualisier mal die Seite. Jetzt sind es schon, oder sieht man nicht, 512 Abonnenten. Wir sind 512 Abonnenten, wir sind, hört sich blöd an. Warte, ist das Mikrofon überhaupt an? Ja, das Mikrofon ist auch gut. Jedenfalls, ich möchte wirklich Danke für euch, oder ja, Danke sagen. Ich meine, für viele hört sich 500 Abonnenten irgendwie nicht so wirklich groß an. Ich meine, ja. Aber für mich ist 500 Abonnenten wirklich eine extrem große Zahl. Ich meine, jemand hat gestern noch einen guten Vergleich gebracht. Man soll sich vorstellen, du sitzt in deinem Zimmer und 500 Leute gucken durch dein Fenster rein. Es ist, 500 Abonnenten ist viel und ich möchte mich wirklich bedanken. Danke für alle, die von Anfang an da sind. Sind ja ein paar von euch logischerweise. Danke auch an die, die jetzt erst vielleicht gestern dazu gekommen sind. Ich freue mich auf jeden Fall und, ja, danke. Man merkt vielleicht, dass ich jetzt, das ist mein erstes Video, das ich komplett ungescriptet gemacht habe. Also, ich habe mir jetzt hier, ich habe mir Notizen gemacht. Und das sind sage und schreibe drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wörter. Also, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich genau sagen will. Das Bild sieht jetzt auch nicht so perfekt aus. Egal, egal. Ähm, ja. Jedenfalls, ich bin auch echt überrascht, was mein letztes Video, also das von gestern, äh, also, das ist mein bisher, äh, zumindest von Zahlen schon her, mein erfolgreichstes Video. Ich hatte innerhalb von zwölf, nicht mal zwölf Stunden über 50 Likes und so viele Kommentare. Und zwar nicht solche klitzekleinchen, sondern im Allgemeinen richtig lange Kommentare, was ich echt krass von euch finde, dass ihr... Ich finde es... Ah, ich finde es toll. Ich finde es toll. Jedenfalls, ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt mal wieder sagen will. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch auch, dass ihr euch wirklich so engagiert bei meinen Videos. Also, ich meine, ich finde es einfach extrem toll, dass ihr auch wirklich so viele von euch Kommentare schreibt, die hier wirklich, äh, auch was aussagen. Oft hilft es mir auch wieder irgendwie weiterzudenken. Ich habe schon mal auf Twitter gesagt, äh, es erweitert auch wieder den Horizont bei manchen Diskussionen. Ja. Jedenfalls, ich bin echt auch... fast nicht überwältigt, aber echt extrem überrascht und begeistert davon, wie viel Reaktion ich gestern bekommen habe oder heute halt auf das Video von gestern. Das ist einfach so krass. Und keine Angst, ich werde mich nicht verändern. Ich, wie ich es auf dem Video gesagt habe, ich werde so bleiben, wie ich bin, weil ich finde es besser so. Es macht mir so viel mehr Spaß. Jedenfalls, nochmal, danke. Äh, ich bin wirklich einfach begeistert. Ich bin echt gespannt, was wir in diesem Jahr noch alles erreichen werden. Oder, ja, wir. Ich meine, wir sind wirklich eine Community. Wir haben auch ein paar von euch geschrieben. Zwar eine kleine, aber eine... Ihr seid wirklich schon sehr aktiv und ich finde es echt begeistert. Schon mit 500 Abonnenten habe ich bisher für mich persönlich echt viel erreicht. Ich bin wirklich dankbar. Eure Fragen werden übrigens beantwortet. Äh, ich finde es toll, was ihr teilweise gefragt habt. Und, ja, ähm, bin mir nicht sicher, ob es dann im nächsten Video schon kommt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber im übernächsten. Was ich übrigens noch sagen kann, falls ihr mir nicht auf Twitter folgt. Äh, ich habe letzte Woche, also morgen vor einer Woche, ähm, den ganzen Tag gefilmt. Mein Leben. Und es kommt entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Oder auch ein bisschen später. Ich weiß nicht, weil es ist viel aufhören zum Schneiden. Ich glaube, ich habe 50 GB oder so viel Material. Ups, ähm, ja, das kommt auf jeden Fall auch noch. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen will. Einfach nochmal, nochmal danke. Danke, ich freue mich. Ich freue mich. Und vor allem, ich habe erst vor knapp zwei Wochen die 400 erreicht und vor sechs Wochen die 300 Abonnenten. Das ging jetzt für mich gefühlt extrem schnell. Also, es ging extrem schnell, was ich... auch wieder voll begeisternd finde. Ach, ja, ist toll. Also, ich finde es toll. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was wir noch alles erreichen werden. Äh, ja. Danke auch an die, die für mich immer wieder Werbung gemacht haben, die mich teilweise auch in ihren Videos erwähnt haben. Äh, danke an euch für die Unterstützung. Von vielen von euch habe ich echt Unterstützung bekommen. Viele erzählen es ihren Freunden weiter und so, was sie auch weiterhin machen dürfen. Ich freue mich wirklich drüber. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen möchte sonst noch. Aber ich meine, ja, danke. Danke, danke, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Danke. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich sage es schon wieder, wie auf dieses Jahr. Es wird cool. Wenn ich ja mein Abi habe, dann habe ich noch mehr Zeit für uns alle. Ja, gut. Und die Fragen werden in einem Video beantwortet. Wir sehen uns wieder, diesmal wirklich nächste Woche, nicht so wieder, ja. Wir sehen uns wieder in sechs Tagen. Außer du guckst jetzt in der Zukunft. Hi. Ja. Ähm, genau. Wir sehen uns wieder am Montag in sechs Tagen für mich heute. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.